Ja, ja, der Sasuke zeigt so gerne seine Wampen ab, irgendwie das Gefühl. Achtung, da kommt jemand! Du bist... Hier ist Sasuke-Kunin eine Person. Das ist der Anruf von Itachi. Ich weiß nicht, dass ich es für einen Anruf von Itachi geht. Ok, aber jetzt ist das eine Wampen. Es ist das eine Wampen der Säme, die in dem ersten Mal aufzunehmen. Ihr sind da, hier ist es. Na, dann füße. Es ist der Hohsi-Gaki-Kiサ-Me. Und dann... der Säme-Hada. Oh, warum ist das? Ich habe mich vergessen. Mein Vater von Hohzuki, Hohzuki-Suihäz. Oh, das war so groß, Hohzuki-Suihäz. Ich werde nur noch ein paar Mal sehen, dass ich hier nur für Sasuke zurückkehren. Das? Das? Zuigetsu Hozuki werden wir jetzt gegen Kisame antreten. Anscheinend sind die beiden ja aus dem gleichen Dorf, was schon irgendwie einigermaßen verständlich ist, weil Zuigetsu sich ja irgendwie in ein Wasserfiel verwandeln kann, also in Wasser. Und Kisame ja schon irgendwie fischmäßig hässlich aussieht. Hätte man sich schon irgendwie denken können, dass die irgendwie was miteinander zu tun haben. So, ich hasse es als, äh, Zuigetsu, weil er nichts drauf hat. So, komm. Ich meine, mit so einem einfachen, blöden Kick, äh, hält er einen direkt auf. Oh, er macht einen Einsatz, ich meine, wie Pille-Palle ist das denn? Ja, super, mein Mega-Yutsu, die funktioniert, oder was? Wenn ich das aufhalten kann. So, und jetzt komm, was war's denn jetzt? Mit dem Scheiß, ich hab ihm wahrscheinlich in die Eier getreten, oder so. Guckt einmal auf den Kopf an, Alter. Ich dachte, er hat dann ein Ausrufezeichen auf dem Kopf, oder so. Voll dumm. So, 81, 70, 3100. Plus 4, 6, 5, 7, merkwürdige Bestie. 755.000 Sturmpunkte erreicht. Titel Erhaltung. Gut, dass wir das geklärt haben. Gift und Schlaf meiden. Steige dein Auto mit Beton, die jede Art von negativen Statuseffekten ficken können. Alter. Was ist da los? Weiter. Was ist da? Das sind ja bitte schön knappe Zeugen. Verlässern wir … Wie hier ist das ? Na ja, ich habe ich nicht kinda geklärt, oder was ich schon gesagt habe. Hä? Hę? Ja, warum sollst du dich nehmen, oder was ich sagen würde? Ah. Dir hier bist du schon richtig Karpfe zeugen. Aber es sind die nicht alle angeklärt. Die auge konzentriert, oder? Was ist das so? Ich möchte dich auch nicht Можно von dir, Hę? Hę. Hę. Du wirst warten, Uchihai-Itachi. Ja, ich bin bereit. Hoffentlich hat er genug angesammelt. Uns sind jetzt gleich Probleme. Bei der Serie ungefähr ist es so gelaufen, dass er irgendwie ein anderes Versteck aufgesucht hat, sich dort ausgerüstet und hat dann mit Katzen oder sowas gelabert. Herr Klaus, wir haben heute mit der Ratspläne. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss auch nur was behandeln. Wieso? Denn ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr als Schüriken-Szüge verletzt habe. Ich weiß nicht, dass ich auch die Kinder von meinem Eltern ausfüllen kann. Sasuke... Entschuldige, Sasuke. Jetzt wieder. Oh Gott, ich bin mir hier dran. Warum, das ist so ein ... Ich bin dummer, dein filho. Ich will mich nicht so schützen, aber ich will mich nicht so schützen. Ihr Name ist Uchha Sasuke. Es gibt viele Dinge, aber es ist kein anderes. Ich kann das nicht nur ein Leben sein, aber es ist ein Geist. Ich will, dass ein Mann der Reise der Reise der Reise ist. Ich will, dass ich mich nicht verletze. Na gut, das Gebäude sah auch schon mal besser aus. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mich verletzen. Vor dem vor, ich will dir etwas zu erzählen. Was will ich wieder wissen? Der Nacht, der wir die Einwanderung haben. Das ist wirklich, was du mit dir gemacht? Warum? Ich glaube, dass du nicht alle Einwanderung haben. Ich hätte es nicht mehr gesehen. Ein anderer hätte ich auch einen anderen Tag noch. Was ist das an das, was ich? Wer ist das? Wer hat mich mit dir? Uchiha Madara. Uchiha Madara? Der Herr ist der Schleuch, der Schleuchter. Ich bin der Schleuchter, der Schleuchter, der nicht mehr Mensch. Schleuchter? Du bist bist du, dann bist du. Madaara ist noch ein Leben. Verstehen, verstehen ist dein自由. Das ist das, was du! Es ist ein Mensch, der sich selbst überwältigt und der Menschheit und der Wunschung. Das ist ein Mensch, der sich selbst überwältigt. Aber das ist ein Mensch, der Wunschung und der Wunschung. Das ist ein Mensch, der Wunschung. Was ich möchte sagen? Das ist ein Mensch, dein Wunschung. Was ist das? Du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du Madara von mir nicht. Aber nur ein Teil der Augen ist, dass du das so gesehen hast. Ah Leute, ich hab's verpasst, Alter. Okay. Pumpen wir uns noch ein bisschen auf, weil ich glaube gegen Itachi werden wir jedes bisschen Gesundheit brauchen, was wir kriegen können. So, das ist komplett wieder vorhanden. Lass knacken, Digger! Mein Bro. Puh, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, ob wir das einigermaßen schön geredet kriegen. Oder ob wir auf ganzer Linie erstmal richtig verkacken, Alter. Schauen wir mal. Ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar ist doch kacke langsamer. Er gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte. Jetzt erlebst du meine Hass, du Bitch. Haben wir uns verstanden hier? Komm her. Dummer. Kleiner. Jetzt ist gut. Komm her. Komm her. Nix. Das kannst du vergessen, Digger. Wir beenden das hier und jetzt. Es gefällt mich sowieso, warum du jetzt überhaus wesentlich mehr Leben hast. So, jetzt bleib endlich stehen. Halt still. Es ist nur ein kleiner Stich. Nee, meistens ist ja unglaublich gut gerade. Alter, er macht nicht das, was ich machen will. Alter, jetzt kommt endlich her. Du kleiner, dicker Spockner, Alter. Okay, jetzt geht's los. Los, Digger. Drei Stellen. Nicht schlecht. Amaterasu. Ausweichen. Hoch mit dir. Das war zu knapp. Aber Terraso ist viel zu mächtig. Der hat mich gut hingekriegt. Kirin. Das war zu knapp. Das war's. Das war's für dich. Das war wirklich stark, Sasuke. Das war's für dich. Scheiße. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich.